Jo, servus und hallo, zurück zu einer weiteren Folge ARK, zusammen mit dem Antonio. Hi, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. In der letzten Folge, wie wir dann aufgehört haben, hat uns auf einmal der Alpha Raptor geradet. Ja, und wir mussten einfach zum Strand fliehen. Ja, wir haben da gerade noch aufgespringen und flüchten können. Ja, der ist der... Und unsere Viecher sterben gerade. Ja. Tja, ich habe gerade nur unser Flugvieh gesehen da oben mit dem Zielfernrohr. Ja, und die sterben gerade alle ziemlich hart. Ja, super, geile Scheiße. Ja, aber wir können jetzt nicht einfach da hoch spazieren. Ja, nein, erinnert. So, das heißt, es ist dann wohl... Oh, der Lustsaurus ist auch gestorben. Der einzige, der erlebt ist, der Pelagorn ist. Ja, mein Knappel wurde getötet. Das Gedrache, Mann. Und der Laser Velociraptor. Ja, unsere beiden Raptoren sind tot. Unsere Hildegard sind tot. Okay, das heißt, wir werden es jetzt einfach sneaky machen. Unser Pelagorn ist lebt. Ja, 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 der lebt. Warte mal, kannst du nicht hier irgendwas... Wo bist du hin? Ich bin am Blattdorf. Ich probiere, um zu mir zu pfeifen. Ach, den Pelagorn ist. Ja. Ich chill hier hinten auf dem Stein, gibt dir Feuer. Ah, ich glaube, habe ich oben zugemacht. Da ist ein Raptor drin, herz. Doch, der kam... Der kam nicht rein. Ja, der ist ja überhaupt. Der Alpha Raptor? Ja. Der müsste im Gehege sein, oder? Ja, aber da hinten ist ein Raptor. Das ist ein normaler Raptor, glaube ich. Ein Raptor ist mir egal, den können wir schnell killen. Hey, du bist ein Jumpy bei mir. Hallo, Jumpy. Nein, umbringen. Ich stehe hier hinten und gebe dir Feuerschutz. Ach so. Irgendwie steckt der Nils komisch in der Wand. Ja, aber das ist gut. So wird er nicht gekillt. Also, wie gehen wir das jetzt am besten an? Das ist ein Raptor Level 6. Oh, der hat einen Pfeil nach oben, das heißt, das sind wahrscheinlich mehrere Raptoren. Oh, er hat mich doch angegriffen. Oli, können wir nicht irgendwie einen Turm bauen, also so ein kleines Plateau bauen, wo der nicht hochkommt? Ja, wir sind leider gerade... Moment, da ist ein normaler Raptor. Ja, ja, wir sind leider gerade nicht in, ähm, wie heißt das Game? Minecraft? Fortnite. Fortnite, ja. Sonst könnte man uns da einfach hochbauen, irgendwo, ja. Ja, du kannst ruhig aufs Plateau kommen, ich schaue mich gerade um. Ja, ich bin so halb auf dem Plateau. Ja, du kannst ruhig zu mir herkommen, du siehst, wie ich bin. Ja, ich sehe, du bist stets auf dem Stein. Ich sehe den Alpha Raptor nicht, das macht mir ein bisschen nicht geschafft. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das ist der normaler, oder? Ist das der Alpha? Nein, das ist der normale. Das ist der normale. Okay, unsere Kisten stehen noch, auf jeden Fall. Okay, das ist, das ist etwas. Dann sind zumindest nicht unsere Eitel. Ich komme hier nicht hoch, Mann. Scheiße. Ich sehe den Alpha Raptor nämlich an, aus. Ja, da, das... Boah, Alter, das Vieh hat rote Flügel. Ich dachte, das wäre der Alpha Raptor. Hier bei mir, leck mich am Arsch. Und du hast Nils gerufen? Also, der Nils ist gesaved. Gut, ja, Alpha Raptor, wo bist du? Das ist ein normaler, da im Gehege. Er greift jetzt die Turtle an. Das Turtle-Prokodil, ja. Genau. Das überlebt er normalerweise nicht. Ja gut, wir können jetzt aber nicht einfach stehen und warten. Ja, nee, das bringt ja auch nichts. Und diese Geräusche manchmal nicht. Ich habe da, ähm, Feuer, mehr oder weniger, unter Anführungszeichen, ausgekommen. Kommen wir mal zu mir her. Komm zu mir her. Glaubst, glaubst, schaffen wir es, wenn wir da aufspringen, da und oben stehen, dass er nicht aufkommt zu uns? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nämlich leider auch nicht. Und außerdem haben wir halt nur 59 Pfeile. Raptor ist tot. Ich habe 30 Munnen für meine Flinte. Wäre nicht gut, wenn du auch eine Flinte hättest. Ja, das stimmt. Oder ich... Wir können halt nicht darüber laufen und uns einfach eine Flinte craften. Nope. Ich fahre mir gerade so ein bisschen Stroh und so Sachen, damit ich mir ganz viele Pfeile machen kann. Ich kann dir welche geben. Ich habe 85. Pfeile? Ja. Ja, die wirst du dann auch ja noch brauchen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier... Kannst du Foundations herstellen? Ja. Dann mach uns doch hier drum so eine kleine Mauer. Wenn er dann sofort alles... Er zerstört ja alles instant. Der macht 250 Schaden auf Foundations, wie du vorher gesehen hast. Ja, und wie viel halten die aus? Vier Schläge dann. Ja, sowas. Na gut, und Raptor hält ziemlich viel aus. Ich kann auch einmal 44 Steinpfeile für mich selber machen. Was? Pass auf, dass du nicht zu nah da dran gehst. Der Raptor ist tot, ne? Ja, der Raptor... Oh, da hinten ist ein Droh dann. Ja, das ist mir egal. Die können wir One-Shotten. Ich zumindest. Also, das ist ja nicht zu geil, weil dann schlafen wir wieder ein und das ist dann wieder scheiße. Ja, also, da drin ist auf jeden Fall der Eifer. Aber da ist... Ist das Tor zu? Ich schau grad. Oh, geil, bin überladen. Das ist nice. Deswegen hau ich den Scheiß am Rause. Oh, 171 Metall hab ich dabei. Ja, nice. Ich hab auch, glaube ich... Warte. Ich hab auch 167 dabei. Also, ich versuch... Du bist ziemlich gedamaged. Ich versuch, ausnahmendum zu sneaken. Ich seh dich da. Um zu unseren Kisten zu kommen. Ja, was willst du bei unseren Kisten? Das Metall hineinlegen. Schön. Dürb bitte nicht. Das wäre fatal. Fatal-Error wäre das. Ist das Tor zu? Ja. Kam der dann da rein? Das frage ich mich. Ich glaub, der greift oder irgendwas an. Ich hab mich wieder durch die Wand geguckt. Ist möglich. Und dann hat er die einfach abgeschlossen. Aber der ist ja da drinnen. Ja. Ich schau grad, ob ich eine Flinte bauen kann. Ja, das wäre gut. Entfernen. Du musst halt viel... Ja, äh... Ich muss das zuerst lernen. Achso. Da werde ich nicht craften können. Oh fuck. Und bring mal bitte Essen mit. Flinte hast das Ding, gell? Ja. What the fuck? Ich kann das irgendwie nicht lernen. Leuchtpistole immer so zuerst. Was greift mich hier an? Ein Troodon vielleicht? Ich seh's ja nicht. Benötigt Schießpulver. Oh mein Gott. Hab ich wohl auch falsch geschrieben. Oh, Troodon. Benötigt Zündpulver. Okay, jetzt geht's wenigstens. Die Leuchtpistole geht jetzt. Und jetzt kann ich auch die Flinte craften. Troodons. Und wie heißt die Munition? Hochfertige, einfache Gewehrmunition, gell? Ja. Und du hast dann wahrscheinlich sogar die Verbesserte gemacht. Nein, hab ich nicht. Es hört sich so an, als wenn das Ding angriffen werden wird. Nein, das sind die Troodons bei mir. Ja, so weit her ja nicht. Aber ich sollte nicht die Muni verschwenden. Ich sollte die Pfeile verschwenden. Meine Zuschauer herren das gerade. Was? Ja, irgendwas wird da drinnen angriffen. Da drinnen nicht. Mach mal noch ein bisschen mehr im Mund, wenn du kannst. Ja, ich bin gerade dabei, Schießpulver zu machen. Hä? Wo ist das? Weil dann kann ich... Ich muss die Troodons hier gerade loswerden. Außer, wir sind zu weit weg. Haha, Idiot. Also, die kommen nicht auf den Steinen hoch. Ich weiß nicht, wie es beim Raptor aussieht. Mhm. Schießpulver für das war für Zündpulver. Für Schießpulver brauchst du Zündpulver, da hast du recht. Ja, ich mache gerade 100 Zündpulver. Es ist halt schon wieder Nacht und das ist halt schon wieder... Ja, 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 ja. Es sollte gleich schon wieder Tag werden. Also, es fühlt sich als Zuschauer vielleicht gar nicht so intense gerade an, aber es ist gerade richtig intense. Es ist verdammt intense, Mann. Also, zwei Troodons habe ich gekillt. Okay, nice. Ich jetzt gerade alle meine Bären, damit ich leichter bin. So, da hinten ist die Drohne. Pass auf, ihr stapft nur ein Troodon rum. Ja, ich glaube, ich sehe es. Zwei sind tot. Ey, ich scheine zu dir. Alle sind tot. Alle sind tot. Herz sind das? Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, was das ist. Was denn? Ja, weil da ist jetzt ja alles, wenn der Alpha Raub oder der Gedamaged werden würde, wenn dann irgendwas angreifen wird. Ja, habe ich nichts gegen, du. Ha, heftig. Was soll denn da drin sein? Giganotos oder was? Ja, genau. Bring mal bitte Essen mit. Ja, ich laufe jetzt noch nicht zu dir, weil ich will da eigentlich nicht weg. Weil wenn ihr da nämlich weglauft, dann... Olli, ich habe einen Millimeter Essen. Ja, dann sammeln Beeren. Nee. Das hilft nicht. Ja, doch. Nein, das hilft nicht. Ich habe mich schon seit zwei Folgen nur mit Beeren hochgehalten. Das hilft aber nicht. Ihr könnt das halt einfach was bringen und da ist vier Fleisch drin und das wird gehen. Ja, also ich finde den Stein, wo ich hier stehe, echt geil. Weil von vorne kommen die da nicht hoch. Und ob der so schlau ist, von hinten zu kommen... Ich brauche so viel Schießpulver wie ich kann, oder? Ja, ich habe jetzt 26 Schuss noch in der Flinte. Ihr habt Angst, wenn ihr da ausgelaufen? Okay, passt. Nee, nee, der chillt da drin und das Tor ist zu. Der muss ja erst mal das Tor damage'n. Ja gut, dann käme er oft durch zu. Also, guck mal, ob hier noch Throdons sind, weil ich habe hier drei getötet und ich höre gerade keinen mehr angreifen. Nee, da sollte keiner mehr sein. Man sieht das hier an die leuchtenden Augen. Ja, ja, hier, da liegen die. Ja, du kannst ja auch mal kommen, vom Stein. Warum? Ja, weil ich das Fleisch da herwerf. So. Dass ich jetzt irgendwie nicht mit hab. Da, nimm einfach die Beeren da und isses. Dann ist das eh wieder. Dann bist du ja wieder geflogen. Da. So, ich laufe jetzt wieder zurück und versuche noch eine Flinte und vorbeisante Gewehrmunition zu machen. Ich dachte, das hast du schon gemacht. Ja, nein, ich muss ja warten, bis ich schwarzbefahre, wenn man kann, das ja alles verbraucht. Ja, das kostet relativ viel, das ist das Problem. Ja, Alpha Raptor. Ich sag's, der wird da drinnen gedamaged, ich schwöre. Ja, mach mal das Tor auf. Ja, genau. Kann man nicht Granaten oder sowas machen? Ja, kann man. Vielleicht packt der an der Wand und kriegt so viel Damage. Das ist ja witzig. Ja, der bewegt sich halt nicht, ne? Der steht einfach die ganze Nacht an der selben Stelle. Also, du siehst ihn? Nein, ich seh ihn nicht, aber ich seh das Feuer rauskommen und das bewegt sich nicht. Seitdem wir hier oben sind, bewegt es sich nicht. Ja, weil, ich seh halt leider auch nicht durch. Obwohl ich dir eine Wand ziemlich scheiße gesetzt hab. Ach. So, meine Flinte ist fertig. Es heißt... Wiegt mich mal ein bisschen auf die Seite? Ah, ich hätte das Fleisch doch mitgehabt, aber es war unten in meiner Leiste. Sorry. Retard alert. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen. Einfache Gewehrmunition. Sieben Schuss. Okay, ich bin auf einem noch geileren Stein. Nee, der Stein ist nicht so geil. Weil es ist ein noch fetterer Stein genau vor mir. Das schaut grad so witzig aus. Wieso kann ich den Stein nicht abbauen? Einfache Gewehrmunition. Wenn der Stein zu groß ist, kann man den nicht abbauen? Ähm, keine Ahnung, muss halt eigentlich schon gehen. Nö, eigentlich, das geht bei mir grad nicht. Oder geht jeder Stein nicht? 12 Schießpulver. Für zwei Kugeln, ja. WTF? Das ist echt teuer. Aber ich mach schon wieder 220 Schießpulver. Wie heftig ist das? Alles, ich hab 16 Schuss jetzt da. Wie viel hast du? Ich hab 26. Okay. Mach dir auch noch ein Zielfernrohr. Ah, das ist eine gute Idee, ja. Kann ich das schon so machen, wahrscheinlich, gell? Aufsätze, Zielfernrohr. Ja, auf einer Weise, ja. Ja. Aber jetzt haben wir keine Kristalle mehr. Jetzt haben wir nochmal 13 Kristalle. Es heißt, sollten wir uns jemals ein, ähm, ein Glashaus bauen wollen, dann werden wir das brauchen. Beiseite des Tages, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Genau. Und da haben wir es das erste Mal. Kann man schon einmal gleich einen Tony, ob's kopen können. Ja, Arsch. Siehst mich gerade nicht. Nein, genau. Wäre jetzt geil, wenn ich hinten noch ein, will, äh, noch ein Raptor rumläufen, äh, 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 würde. Ja, genau, jetzt zieh. Kann man das echt einfach auf dich schießen? Ja, lass uns mal. Na, wir hätten interessiert, wie die trifft. Ja, verschwende nicht deine Kugeln. So, ich ja eh nicht. Wir brauchen gegen einen Alpha-Adaptor alles, was wir brauchen. Also, ich frag jetzt noch einmal. Soll ich einfach so viel wie möglich Schwarzpulver machen? Also Schießpulver. Ja, do it. Ja, weil ich kann nämlich noch einmal, jetzt machen wir noch einmal 250. Junge, wir haben deine komplette Folge gleich verschwendet. Stimmt ja gar nicht. Doch. Sechs Minuten sind safe schon rum. So ähnlich, ja. Also sieben. Na, 14. Acht. Ernsthaft? Ja, aber, ja, was willst du das machen? Wie sollen wir denn angehen? Töten. Okay. Du hast dir stehen. Wir stehen auf den Steinen, wo der nicht hochkommt. Bist du auch von oben, wo er nicht hochkommt? Weiß ich nicht. Das wird so fehlen. Ja, Gott, ich schau mir jetzt an, wo ich zu dir hinkommen soll. Und dann machen wir das. Moment, wir können ja den Rest deiner Folge gerne noch für ein Dings, äh, für einen Spot suchen. Weil der ist ja da gefangen. Das, wo du, es ist ja das Problem, dass er da überall aufgelaufen kann. Oder willst du durch die Wand schießen? Naja, es ist halt, ich glaub, dass er da überall aufkommt. Und uns halt aufgewirft oder so. Und dann sind wir halt am Arsch. Ich hab eine bessere Idee. Kommen wir mal zu mir. Ich bin auf dem Weg. Was machst du denn jetzt? Wo bist du hin? Was ist denn in unserem Haus? Was willst du bei unserem Haus? Wir könnten uns da so einen Turm nach oben bauen und über das Gehege von unseren Dinos. Und dann können wir einfach rein schießen. Just told ya. Der hört mich aber nicht. Also der kommt jetzt nicht auf einmal und tötet uns. Na, aber. Ach, das meinst du mit dem Geräusch? Ja, er kämpft da drinnen oder so. Ja, der kämpft. Was, die Lange schon kämpft? Nein, weil der, da ist irgendwas drinnen, was blutig aussieht. Das ist schlecht. Oli, baumann, baumann Turm. Ja, du musst Holz farmen oder so. Oh nein, wir haben Holz. Wir haben genug Holz. Weil, dann können wir wenigstens mal da reingucken, was da drin ist. Oh fuck, wie hast du das schnell? Nicht Torframe, sondern. Boden. Wo bist du? Hedgeframe. So, jetzt gib mir mal bitte das Fleisch. Und die Leiter. Das Fleisch, ja. Danke. Oh, ich kann halt bewegen. Okay, ja, gibts hin. Das meintest du eben mit dem Bekommt Damage. Ja. Also da ist irgendwas drin. Also die fighten. Safe. Weil er greift keine Wand an, das würden wir sehen. Ja. Bin ich ganz der Neue. Stellst du gerade was her? Ja. Okay, deswegen bekommen wir Erfahrungsmonte. Haben wir noch irgendeinen Dino? Ja, den Ding, der drüben Nils. Ja, den, das ist klar. Aber da ist kein anderer mehr von uns drin. Glaub nicht. Mir fällt nicht ein wer. Oh, wie viele Dinos hatten wir gezähmt? Ja, wir haben eine knappe. Ja. Und den, einen dicken, fettender. Dicken, fettender? Ja, der auf dem Boden saß. Ah, ein Lustzaurus. Genau. Aber der ist auch tot, ne? Aber, wenn du hier, wenn du hier auf die linke Wand guckst, siehst du, dass da ein Schwanz rausragt. Ja, ich weiß, ich hab's schon gesehen. Mir wird das selber schon gewundert, wer das ist. Komm, wenn das fertig ist, hau ich den ganzen Scheißer wieder rein und dann geht's los. Kriegen wir das in deiner Folge noch hin? Mit dem Bauen? Ne, mit dem Killen. Eher nicht mehr. Das war's, wie er nicht. Ah ja, stimmt, ich leg mal mein ganzes Eisen hier ab. Oh, genau. Total. So, haben wir jetzt hier noch Zündpulver drinne? Ähm. Ja, tatsächlich. Noch genug. Ähm. Hoppla. Also, irgendwas kriegt er richtig stabil. Ja, eben. Das, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ähm. Okay, ich weiß, was ich noch brauch. Ähm. Das, so. Und die 8. Ja, komm, wir können uns auch eine Pumpgun herstellen, oder? Ja, das hilft uns halt auf der Range wahrscheinlich eher wenig. Ja, eben. Okay, wir brauchen noch eine Leiter und dann brauche ich noch, ähm, so. Oh, das sieht ja schon mal echt gut aus. Ja. Okay, ich brauche noch eine Leiter. Okay, ich brauche noch eine Leiter. Und zwar, ich mache hier Wuden-Sealings. Ich mache einfach Fetch Roof. Guck mal hier, nimm das. 15 Schuss für dich. Da komme ich gerade mit dem, weil ich gerade, ähm, voll bei ihr laden bin. Ähm, das ist einfach in die Werkbahn. Ähm, das ist einfach in die Werkbahn. Ja, das geht sogar ohne. Guck mal, da siehst du doch den Damage. Ja, ja. Wie kann ich hier hochklettern? Ähm, du musst aufspringen oder E-Bringer. Okay. Und dann weiter nach oben? Ja. Wie das auch mit E-Nur? Ja. Ich kann da nicht dran. Doch, doch, aber wirkt schon. Nee, geht nicht. Ich kann mich da nicht dranhängen. Die Hildegard lebt noch. Echt? Oder es ist ein Bug und er baut seit ewigen Zeiten ab. Du musst hochspringen und E drücken. Aber genau auf die Leiter. Spring einfach und drück E. Ja. Ah, okay. Hab ich. Wow, ich bin wieder runtergefallen. Also, ich hit mir jetzt, okay? Warte, warte, warte doch, bis wir da sind. Dann können wir direkt zwei Schlüsse... Ja. Okay. Ich ziele schon mal an und beende die Folge für heute. Nein, draufschlossen. Wir kehren nämlich in deiner Folge. Ja. Das heißt, das war es wieder für heute. Wir haben da heute... Nicht viel geschafft, aber ich hoffe, die nächste Folge wird es richtig geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert es für mehr. Wird auf jeden Fall in Zukunft noch mehr kommen davon. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen... Ciao. Ciao. Vielen boys. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.